Jetzt gehen wir uns an den Mauern. Super. Jeremy. Second one. Einfach der Mensch einmal sagt, ja, schau her. So ist auch schön. Wunderschön. Was sagt der Herr Werner? Ein gebückter Halt und so wie noch. Ja, es waren bis jetzt läppische 900 Höhenmeter. Ein bisschen schwach für solche jungen Burschen. Ausstreckt die Pranken. In der Mitte sind schon die Kratzspuren. Ja, so viel mehr wird das nicht sein. Ja, bis zum Kopf, aber wenn er die Füße noch ausstreckt. Viel mehr als drei Meter wird das eh nicht sein. Warum soll das ein Bär machen? Krallenschärfen. Tadlau. 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 Ist der George? Will ich nicht sagen? Yes, please. I walk on a very, oh yes, I walk on a very, I walk on a very good way. Hey, 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 tonight. Cool, weil er jetzt direkt in den Bass, die selber tun die Zetter aufschlagen. Ich weiß noch nicht, ob's gescheit ist. Das tun halt dann wirklich nur Städter. Und dann, ob's gescheit ist. Und dann, ob's gescheit ist. Und dann, ob's gescheit ist. Das ist nicht so gut.